Ich möchte euch im Folgenden ein paar Dinge erzählen zu unserem Projekt im Kontext von Open Educational Resources und Künstlicher Intelligenz. Wir, das heißt das Landesportal ORCA NRW, sind aktuell an einem Projekt des Netzwerks Landeseinrichtungen für digitale Hochschullehrer beteiligt. Im Rahmen dieses Projektes werden aktuell bundesweit Weiterbildungsangebote im Kontext von Künstlicher Intelligenz und Hochschullehrer organisiert und durchgeführt. In NRW sind damit das Zentrum für Wissenschaftsdidaktik an der Ruhr-Universität Bochum und das Landesportal ORCA NRW beteiligt. Wir als Landesportal ORCA NRW setzen dabei einen Schwerpunkt auf Open Educational Resources und den Zusammenhang zwischen OER und Künstlicher Intelligenz. In den vergangenen Wochen haben wir im Rahmen dessen verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, zum Beispiel Informationsveranstaltungen, Workshop-Angebote, die sich alle mit dem Thema KI und OER beschäftigt haben. Dabei ging es zum Beispiel um Chancen von KI für OER, aber auch um damit verbundene Risiken, Handlungsfelder, Herausforderungen und Lösungsansätze. Aktuell veröffentlichen wir jeden Freitag verschiedene Sachen, zum Beispiel Literaturübersichten, Linksammlungen und Videos zum Thema OER und KI. Wenn euch das interessiert und ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann schaut euch gerne unsere Projekt-Homepage an. Dort haben wir zum Beispiel Workshop- und Veranstaltungsdokumentationen gesammelt und Videos, Links, Literaturübersichten rund um das Thema KI und OER. Wenn ihr darüber hinaus mit uns in den Austausch treten wollt und über das Thema mehr erfahren wollt, freuen wir uns auf eure Kontaktaufnahme. Bis dann! 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 Bis zum nächsten Mal.